Es braucht Moskitos im Zelt einer EU, die es sich mit Lobbyisten gemütlich gemacht hat. Europa soll nicht Schlusslicht der Digitalisierung sein. Wir müssen die kleinen und mittelständischen Unternehmen der Digitalwirtschaft stärken, statt sie durch sinnlose Reformen zu gefährden und kaputt zu machen. Wir wollen Europa, dass sich für die Menschen einsetzt und nicht für den Profit einiger weniger Großkonzerne. Wir brauchen mehr Transparenz in Europa. Für die Menschen muss nachvollziehbar sein, wie Entscheidungen getroffen werden und das darf nicht hinter verschlossenen Türen passieren. Wir wollen direkte Demokratie und mehr Bürgerbeteiligung. Wir möchten ein Europa, in dem die Regeln von den Menschen gemacht werden und nicht von Eurokraten und Lobbyisten. Ich bin Pirat. 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 Am 26. Mai Piratenpartei wählen. Ohne 5%-Hürde. Jede Stimme zählt. Für Freiheit, Würde, Teilhabe.